Wir kommen zur Figurenfolge 2. Wir sind im Quickstep. Ich zeige zuerst wieder die Herren-Schritte, danach die Damen-Schritte. Meine Herren, das ist eine Eckfigur. Deswegen nicht wundern, meine Damen, ich drehe jetzt den Rücken zu. Ich bin aber ein Herr, weil ich tanze das dann gleich in die Ecke rein, weil ihr das dann optimalerweise sehen könnt. Ihr startet mit dem Grundschritt, meine Herren. Grundschritt 1, Grundschritt 2, tanzt ein Check in einem 4er-Lauf, in einem Grundschritt oder eine Rechtsdrehung oder ein Kreuzschritt, was auch immer ihr möchtet. Ich hoffe, das war drauf. Ich probiere mal, die Ecke kürzer zu machen, damit ihr das besser seht. Grundschritt, Grundschritt, Check. Slow, slow. 4er-Lauf. 1, 2, 3, 4 und was auch immer mit rechts. Ich hoffe, das ist noch drauf. Ihr würdet natürlich da entlang tanzen. Ne? Sehr schön. Die Mädels, die Damen. Ihr habt Grundschritt, Grundschritt, Check und Slow, Quick, 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 Slow, Slow. Ich zeige es für die Damen auch nochmal. Ich hoffe, es ist alles so laut. Ich gehe mal ein bisschen näher, hier an die Wandern. Grundschritt, Seitenschlussseiten. Grundschritt, Check, Slow, Slow, Quick, 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 Slow, Slow. Der Check hat die Geschwindigkeit Slow, Slow. Ich zähle es nochmal für die Damen, aber natürlich tanzt der Herr identisch. Grundschritt, Quick, Quick, Slow, 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 Quick, Quick, Slow, Slow. Zweite Figurenfolge. Viel Spaß beim Bücken.